Drei Monate habe ich jetzt die Mavic Air 2 schon im Einsatz und habe wirklich viel Spaß damit. Jetzt möchte ich mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen und dir einfach mal zeigen, was mir an der Mavic Air 2 besonders gut gefällt, was mir aktuell noch fehlt und ob ich sie für die Zukunft behalten werde oder auf eine andere Drohne dann mal umsteigen werde. Servus, Patrick hier auf dem Pixel- und Spätzle-Kanal. Hier geht es um Fotografie, Videografie und ganz viel Drohnenzeug. Ja, die Mavic Air 2 habe ich jetzt seit drei Monaten im Einsatz und habe sie auch schon ausführlich testen können in der Zeit. Also die war jetzt wirklich fast immer dabei, um coole Drohnenaufnahmen zu machen. Ich habe die Mavic Air 2 direkt nach dem Launch-Event quasi mitten in der Nacht vorbestellt und habe die wirklich, denke ich mal, als einer der ersten in Deutschland bekommen und seitdem hat die mir wirklich richtig viel Spaß bereitet. Dennoch gibt es so ein paar Sachen an der Mavic Air 2, die mich aktuell stören oder die mir halt fehlen und deswegen wollte ich einfach mal die Sachen mit euch besprechen, weil ich immer wieder die Frage bekomme, ist es denn wirklich eine gute Drohne, ist es die richtige Drohne für mich? Und deswegen, sie hat wirklich sehr, sehr viele coole, positive Features, aber sie hat halt auch ein paar Sachen, die mir persönlich halt fehlen. Die Sachen besprechen wir, wir fangen aber als allererstes dann mal mit den positiven Sachen an, weil da gibt es wirklich viele. Bevor wir jetzt aber anfangen, würdest du mir einen riesen Gefallen tun, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du mir einen Daumen nach oben dalässt. Das hilft mir einfach weiter, meinen Kanal weiter aufzubauen und in Zukunft noch mehr Videos für dich zu machen. Jetzt geht es aber los und wir starten erstmal mit den besonders positiven Punkten, die mir einfach so im täglichen Betrieb mit der Mavic Air 2 aufgefallen sind. Meine ersten zwei besonderen Positivpunkte betreffen den neuen Controller von der Mavic Air 2. Was einem direkt sehr positiv auffällt, ist das neue Design. Wir haben jetzt hier das Smartphone oben auf dem Controller sitzen und dadurch einfach viel besser im Blick, wenn wir die Drohne steuern und nicht mehr halt unter dem Controller. Das ist wirklich genial und macht einem das Steuern viel, viel einfacher. Der zweite Vorteil, der auch den Controller betrifft, das ist die neue Funkverbindung zwischen Controller und Drohne. Und das ist wirklich sagenhaft. Wir haben hier so eine gute Funkverbindung und das Streaming, der Videostream auf das Smartphone funktioniert mit Full HD und das bis zu hunderte Meter weit. Das ist wirklich sehr cool und gibt einem wirklich so viel mehr Sicherheit, wenn man beim Fliegen ist. Und man kann auch seine Aufnahmen halt noch deutlich schöner gestalten, weil man halt nicht irgendwelche kleinen Mikrorubbler drin hat in der Funkverbindung. Und dementsprechend bekommt man immer ein schön gleichmäßiges Bild und kann seine Manöver halt auch schön gleichmäßig fliegen. Da muss ich wirklich sagen, ist es natürlich mit den anderen Drohnen, zum Beispiel mit der Mavic Mini, auch möglich gute Aufnahmen hinzubekommen. Aber mit dem Controller fällt es einem wirklich viel einfacher und man hat halt einfach mehr Sicherheit, weil man einfach weiß, dass die Verbindung nicht abreißt. Die Funkverbindung ist richtig, richtig gut, allerdings nicht unendlich gut. Das muss man auch dazu sagen, wenn man irgendwelche richtig großen Objekte zwischen der Fernbedienung und der Drohne hat, dann kann es da halt auch zu Störungen kommen. Es ist mir persönlich aber bisher nur zweimal passiert, aber alles in allem wirklich einer der größten Vorteile von der Mavic Air 2 und dem Controller. Der nächste Punkt betrifft dann die Verarbeitung und das Fluggefühl. Wenn wir uns die Mavic Air 2 anschauen, dann haben wir hier wirklich sehr, sehr hochwertige Teile. Also es fühlt sich alles wirklich sehr hochwertig an und das gefällt mir persönlich halt wirklich gut. Bei der Mavic Mini war das Ganze halt dem Gewicht geschuldet, dass hier die Verarbeitung halt nicht ganz so gut war. Aber hier, das fühlt sich wirklich sehr solide an. Der Eindruck spiegelt sich dann beim Fluggefühl wieder. Die gute Verarbeitungsqualität gepaart mit den sehr starken Motoren lässt einem wirklich keine Zweifel. Wenn es mal draußen ein bisschen windig ist, auch da kann man die Mavic Air 2 wirklich noch ohne Probleme betreiben. Man sollte aber wie immer mit viel Vorsicht unterwegs sein, weil die Windschichten weiter oben sich halt doch schneller bewegen können als in Bodennähe. Trotzdem kann man sich mit der Drohne halt viel mehr trauen. Der nächste Punkt auf meiner Positivliste, das sind die Akkus. Und mit den Akkus bzw. dem Energiemanagement von der Mavic Air 2 hat man richtig viel Spaß, weil man kann damit wirklich sehr, sehr lange in der Luft bleiben und muss halt dementsprechend die Akkus nicht so oft tauschen. Und gerade als Anfänger ist es eine sehr coole Sache, weil man halt mehr Chancen hat, irgendwelche Aufnahmen hinzubekommen. Und ich würde auch jedem raten, das Fly More Combo Pack zu nehmen, wo dann eben noch zwei zusätzliche Akkus drin sind. Weil gerade als Anfänger gibt es nichts Nervigeres, wie wenn dann der Akku zu Ende ist. Man muss dann wieder nach Hause fahren, aufladen und kann dann erst später wieder weiterfliegen. Also so oder so würde ich eigentlich das Fly More Combo Pack immer empfehlen. Dann kommen wir schon zum, ich glaube, vierten Positivpunkt auf meiner Liste, nämlich der Videoqualität. Wir haben jetzt hier in der Drohne wirklich sehr viele Möglichkeiten, unter anderem 4K bis zu 60 Frames per Second. Wir haben 4K mit HDR-Modus, also das ist wirklich eine sehr coole Geschichte und lässt relativ wenige Wünsche übrig, bis auf einen oder zwei Wünsche, aber da komme ich dann in den Negativpunkten dazu. Auf jeden Fall merkt man dann schon, dass man mit den 4K-Aufnahmen von der Mavic Air 2 dann doch nochmal ein bisschen mehr Freiheiten hat, wie mit der Mavic Mini, die nur 2,7K schafft. Aber das ist natürlich auch klar, das erwartet man von einer Drohne, die halt auch doppelt so teuer ist. Nächster Positivpunkt, das sind die Fotos, nämlich die Fotos in RAW. Und das ist eine sehr coole Sache, gerade für mich, weil ich halt sehr viel mit der Drohne fotografiere. Und wenn man RAW-Bilder aus der Kamera, aus der Drohnenkamera abspeichern kann, dann ist es wirklich sehr viel wert, weil man dann im Post-Processing, also zum Beispiel in Adobe Lightroom, in Capture One, oder wo auch immer, noch sehr, sehr viel bearbeiten kann und halt noch mehr aus den Bildern rausholen kann. Deutlich mehr, wie wenn man einfach nur JPEGs abspeichert. Der vorletzte Punkt, das sind die coolen Tracking-Funktionen von der Mavic Air 2. Das macht die schon wirklich gut und hilft einem dabei, halt noch coole Aufnahmen zu erstellen. Nicht nur von sich selber, wenn man sich eben von der Drohne verfolgen lässt, sondern auch im normalen Videomodus, weil man eben halt Objekte auf dem Bildschirm markiert und die Drohne, die dann automatisch immer im Zentrum behält. Also das ist eine sehr coole Hilfe und funktioniert wirklich sehr gut. Und der letzte Punkt, den sollte man wirklich nicht unterschätzen, das ist so ein bisschen die Strategie von DJI selber. Nämlich habe ich das jetzt schon länger gesehen, DJI macht das halt immer so, dass sie ein Produkt rausbringen, das funktioniert gut und über die Zeit wird das noch verbessert. Vor zwei Wochen oder so habe ich ja das Video dazu gemacht, zu den neuen Funktionen und da hat DJI wieder richtig viel in die Firmware und in die Fly-App eben mit reingepackt. Und das ist eine sehr coole Sache und auch nicht selbstverständlich. Und da bin ich natürlich neugierig, was in Zukunft noch auf uns zukommt, was für Funktionen da noch mit reinkommen. Bevor wir jetzt aber zu den Negativpunkten kommen, würde mich noch interessieren, welche Funktionen wären das denn, die dich noch interessieren? Also was sollte noch in die App bzw. in die Firmware mit reinkommen? Was fehlt dir aktuell noch? Wenn du da noch Punkte hast, dann schreib die gerne unten in die Kommentare, dann können wir uns da noch ein bisschen austauschen. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Negativpunkten, weil ich muss dazu sagen, das sind halt meine Negativpunkte und das sind vielleicht auch ein paar Sachen, die dir vielleicht gar nicht aufgefallen sind als Negativpunkte. Trotzdem möchte ich sie halt mal ansprechen, weil ich eben gesagt habe, ich möchte euch mal meine Meinung dazu zeigen. Punkt Nummer 1 auf meiner Negativliste, der betrifft auch schon die Kamera von der Mavic Air 2, nämlich die Blende bzw. die nicht verstellbare Blende. Wir haben hier einfach einen festen Blendenwert von f2.8 und das ist einerseits ganz okay, weil das halt eine Blende ist, die relativ viel abdeckt, man bekommt viel Schärfe im Bild, man bekommt aber auch noch genug Licht auf den Sensor, aber auf der anderen Seite fehlt mir halt einfach die Verstellmöglichkeit, sodass ich dann meine Belichtung zum Beispiel im Videomodus halt noch fein regeln könnte. Da gibt es mittlerweile auch Lösungen, zum Beispiel von Freewell, die haben ja ein ND-Filterset für die Mavic Air 2 jetzt auch entwickelt, wo man eben die Abdunklung variabel einstellen kann, also so wie ich das jetzt zum Beispiel auf meiner Kamera nutze. Da kann ich jetzt auch ganz einfach das Bild heller oder dunkler machen. Aber es wäre natürlich cool gewesen, wenn man eine verstellbare Blende an Bord hat, sodass man dann halt über die Funkfernbedienung die Blende verstellen kann und nicht erst landen und den ND-Filter neu einstellen muss. Aber ich vermute mal, das wird einfach ein Feature bleiben, dass der DJI Mavic Pro vorbehalten bleibt, die dann halt einfach mit zusätzlichen besseren Foto- und Video-Features aufwarten kann. Der nächste Punkt ist die Sensorgröße. DJI wirbt ja relativ stark damit, dass es ein Halbzoll-Sensor ist und der ja so toll und groß ist. Allerdings, wenn man sich das mal anschaut im Vergleich zu den vorherigen Sensoren, die 1 durch 2,3 Zoll groß waren, dann ist es nicht wirklich so viel größer. Und obwohl man jetzt die Möglichkeiten hat, hier RAW-Bilder zu entwickeln, merken wir das halt schon, dass der Sensor relativ klein ist. Man kann die Bilder halt an der Stelle oftmals nicht so extrem pushen, wie das halt mit einem größeren Sensor ist. Und das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Wenn ich schon die RAW-Bearbeitung mache, dann hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Spielraum. Aber versteht mich nicht falsch, man kann wirklich coole Bilder damit erzeugen, aber in Extrembedingungen, zum Beispiel mit Gegenlicht-Fotografie, da wird es dann schon ein bisschen schwierig manchmal. Was ich noch gerne gesehen hätte, vor allem jetzt in diesen Zeiten, wo ja jeder irgendwie auf Social Media unterwegs ist, das ist, dass man den Gimbal einfach um 90 Grad schwenken kann. Und das ist leider bei der Mavic Air 2 nicht möglich. Das ist hier maximal so um diesen Bereich möglich, auch in die andere Richtung. Und man kann halt dadurch leider keine Hochkant-Fotos oder Hochkant-Videos machen. Ist für den einen oder anderen vielleicht interessant und für ganz viele wahrscheinlich komplett egal. Aber mir ist es halt aufgefallen und es ist eine Sache, die ich schon gerne gesehen hätte, vor allem wenn man auf Instagram postet. Der nächste Negativpunkt, das ist was, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Color-Grading von Videomaterial beschäftigt. Und zwar haben wir hier bei der Mavic Air 2 zwar schon ganz vernünftige Video-Formate an Bord, allerdings haben wir das Problem, dass es sich immer noch um eine 8-Bit-Kamera handelt und deswegen kann ich das Videomaterial oft nicht so stark graden, wie es mir persönlich lieb wäre. Gerade wenn man irgendwelche bestimmten Looks erzeugen will, dann merkt man das relativ schnell, dass da das Videomaterial aufbricht, man bekommt dann so komische Artefakte und das sei nicht so schön. Wird aber wahrscheinlich den meisten von euch auch gar nicht so extrem auffallen. Und ich vermute auch hier, dass 10-Bit-Video einfach den Mavic Pro-Drohnen dann vorbehalten bleibt. Mein letzter Negativpunkt, der betrifft das D-Sinit-Like-Farbprofil. Es ist schon sehr cool, dass man hier so ein entsättigtes und leicht flacheres Bildprofil mitbekommt, um dann später im Grading halt noch mehr rausholen zu können. Allerdings ist mir immer wieder aufgefallen, dass man in dem Bildprofil doch relativ viel Rauschen ins Bild reinbekommt und das gefällt mir aktuell nicht so gut. Deswegen bin ich eigentlich wieder dazu übergegangen, doch das normale Bildprofil zu benutzen. Aber da würde mich auch mal interessieren, wie ihr das macht, welches Bildprofil nutzt ihr denn so? Ich nutze eigentlich zu 90% das normale Bildprofil und das D-Sinit-Like eigentlich nur immer so ein bisschen zum Rumexperimentieren. Das waren die Positiv- und Negativpunkte nach drei Monaten zur Mavic Air 2. Jetzt komme ich aber noch zu der Frage, werde ich die Mavic Air 2 in Zukunft weiterbehalten oder nicht? Ihr könnt es euch ja wahrscheinlich schon denken, ich werde die Mavic Air 2 jetzt auf jeden Fall weiterbehalten, weil ich sehr viel Spaß damit habe und es ist wirklich eine geniale Drohne, die so zwischen dem Einsteiger- und Profilevel liegt. Allerdings muss ich euch auch sagen, dass die paar Negativpunkte, die ich aufgezählt habe, mich doch so ein bisschen stören und ich vermute dann, wenn eine Mavic 3 Pro oder was dergleichen rauskommen sollte, dann wird für mich schon die Zeit sein, um von der Mavic Air 2 darauf abzugraden, wenn die denn die Features hat, die ich so suche und bei der Mavic Air 2 noch vermisse. Bis dahin werde ich aber nur jede Menge Spaß mit der Mavic Air 2 haben und ich hoffe mal, dass es dir auch so geht, dass du auch noch einen Haufen Spaß damit hast. Trotz der Negativpunkte kann ich das Ding wirklich sehr weiterempfehlen, gerade eben wegen den Positivpunkten vom Anfang des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt und meinen Kanal abonnierst. Wenn du in Zukunft noch mehr von mir sehen willst, dann mach auch die Glocke an, dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn ich das nächste Video hochlade. Für alle, die meinen Kanal zusätzlich noch ein bisschen unterstützen wollen, habe ich jetzt hier unten die Kanalmitgliedschaften freigeschaltet. Also schau dir das gerne mal an, falls du da Lust drauf hast. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus für heute. Ciao! Ich bin raus für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020